Engagierst du dich im Tierschutz oder liegen dir wild lebende Tiere und ihr Lebensraum am Herzen? Vielleicht ist dir auch das Tierwohl von Nutztieren ein besonderes Anliegen. Dann bewirb dich beim Atenor Tierschutzpreis. Wer kann sich beim Tierschutzpreis bewerben? Bewerben können sich Privatpersonen aller Altersgruppen, eingetragene Vereine und Pflicht- und höhere Schulen. Welche Projekte können eingereicht werden? Eingereicht werden können innovative Projekte oder Initiativen im Rahmen des Tierschutzes, des Artenschutzes, dem Tierwohl entsprechende Nutztierhaltung oder der Bewusstseinsbildung. Was gibt es zu gewinnen? Insgesamt gibt es unglaubliche 26.000 Euro zu gewinnen, die sich aus Bargeld und Kunstobjekten zusammensetzt. Und allen Erstplatzierten winkt auch noch als besondere Wertschätzung meine Skulptur Freude, die den respektvollen Umgang mit Menschen, Tieren und Pflanzen widerspiegeln soll. Wie kann ich mich bewerben? Alle Infos findest du auf der Webseite von Atenor unter www.arte-noa.at. Einfach Anmeldeformular downloaden und mit den Bezug habenden Unterlagen an die E-Mail-Adresse von Atenor schicken oder per Post an die Stadtgemeinde Feldbach. Wann und wo findet die Preisverleihung statt? Die Preisverleihung für den dritten Atenor-Dierschutzpreis findet im Zuge eines tollen Galaabends im Zentrum Feldbach am 10. Juni um 19 Uhr statt. Komm vorbei, es lohnt sich! Also schnell bewerben, es zahlt sich aus! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017